Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichten-Podcast vom Standard. Er war einer der einflussreichsten Beamten in Österreich. Egal ob Kontrolle über Staatsanwaltschaften, neue Gesetze oder enge Kommunikation mit der Politik. Bei Christian Pilnacek liefen unzählige Fäden zusammen. Im Oktober 2023 ist der ehemalige Generalsekretär des Justizministeriums verstorben. Die Umstände warfen schon damals viele Fragen auf. Und jetzt kommen noch neue dazu. Wir sprechen heute über die zunehmenden Unklarheiten rund um die Ermittlungen zu Pilnaceks Tod. Wir sprechen über geheime Daten und mutmaßlich schwere Vorwürfe. Der Fall Christian Pilnacek ist auf der einen Seite ein extrem heikler, weil er einen verstorbenen Menschen betrifft, auf der anderen Seite ein extrem wichtiger, weil er so weit in die österreichische Politik hineinreicht. Oliver Dasgupta, Fabian Schmid, ihr beide habt für den Standard und für den Deutschen Spiegel zu neuen Erkenntnissen rund um den Tod von Christian Pilnacek recherchiert. Aber damit wir das alles verstehen, müssen wir Christian Pilnacek verstehen. Und vor allem auch, warum er so ein wichtiger Beamter war damals. Ich glaube, es war ab ca. 2010 im Justizministerium. Fabian, was war seine Funktion damals? Was war seine Rolle? Naja, also Christian Pilnacek war ein Jahrzehnt lang zuständig für die Aufsicht über Strafverfahren, war also quasi der Vorgesetzte aller Staatsanwälte in Österreich. Das heißt, er war informiert über alle heiklen Ermittlungsverfahren, alle politisch brisanten. Gleichzeitig war er da auch noch Chef der Logistik. Das heißt, derjenige, der Strafgesetze mit verfasst hat, also die Vorschläge, die dann ans Parlament gingen. Das war eine sehr einflussreiche Doppelrolle. Noch dazu war Pilnacek auch jemand, der sich quasi offensiv vernetzt hat, der gern zu Veranstaltungen gegangen ist, der viel Kontakt gepflegt hat mit unterschiedlichen Personen und so einfach, ja, zu einer sehr mächtigen Person geworden ist. Spätestens dann, als Pilnacek auch noch Generalsekretär wurde im Justizministerium unter dem Minister Josef Moser, also unter Schwarz-Blau oder Türkis-Blau, war es so, dass nun eigentlich schon gesagt hat, Pilnacek ist wichtiger als der Minister. Also wir haben ja Ähnliches zum Beispiel im Finanzministerium bei Thomas Schmid gesehen. Also einfach Personen, die einerseits für den Minister sprechen, andererseits extrem gut im Haus vernetzt sind. Also da war er so etwas wie eine Art Schatten-Justizminister. Man muss sich das mal vorstellen. Eigentlich sind ja Ermittlungsbehörden, die Politik, die Gesetzgebung und die Justiz streng voneinander getrennt. Aber an dieser einen Position sind anscheinend alle Fäden auf die eine oder andere Art zusammengelaufen. Aber Fabian, die Karriere von Christian Pilnacek hat dann eine große Wendung genommen. Er ist suspendiert worden. Warum und welche Folgen hatte das? Also es gab eigentlich schon seit einigen Jahren immer wieder Konflikte zwischen Pilnacek und vor allem der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und es gab immer wieder auch Kritik von Seiten der politischen Opposition, dass Pilnacek quasi in Verfahren eingreife. Also das wurde ihm vorgeworfen. Und als dann die Grünen das Justizministerium relativ überraschend übernommen haben im Jahr 2020, war eigentlich schon einerseits relativ klar an sich, dass es da zu einer Umgestaltung kommen wird. Andererseits gab es auch großen Druck auf die Justizministerin Alma Sadic, da quasi die heiße Personalie Pilnacek, dieses Problem unter Anführungszeichen zu lösen. Und sie hat es dann so gemacht, dass sie seine Supersektion, die also für sehr viele verschiedene Gebiete zuständig war, aufgetrennt hat. Und dass es künftig zwei Sektionen geben sollte, statt eine, nämlich eine, die über Ermittlungen die Aufsicht innehat und eine, die für quasi die Logistik, also die Gesetzesschreibung zuständig ist. Und Pilnacek wurde dann nahegelegt, sich doch für diese Logistikabteilung zu bewerben. Somit war er mal aus der Aufsicht über die Strafverfahren weg. Aber im Zuge dieser ganzen Ermittlungen der WKStA gegen die ÖVP fiel auch immer wieder der Name Pilnacek. Und es gab Vorwürfe, dass er eine Hausdurchsuchung verraten habe vorab, nämlich beim Investor Michael Teuner. Deshalb wurde ihm dann sein Smartphone abgenommen und dort wurden halt zahlreiche Chats gefunden, die zeigen, wie er über die WKStA geschimpft hat, wie er, man kann sagen, intrigiert hat im Ministerium und auch wie er sehr eng mit der ÖVP zusammengearbeitet hat, teils eben auch gegen Alma Sadic, gegen seine Ministerin. Und das hat dann eben zur Suspendierung geführt im Frühjahr 2021. Und bis zu seinem Tod blieb diese Suspendierung aufrecht. Und es gab auch eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren. Es gab auch einen Freispruch. Aber viele Verfahren liefen eben noch, als Pilnacek dann starb und damit enden sie automatisch. Aber das heißt, damals im Jahr 2021 ist im ersten Moment einmal dieser bis dahin wirklich extrem mächtige Beamte fürs Erste sozusagen entmachtet worden, oder? Ja, also eine zweistufige Entmachtung. Also zum ersten Mal eben, wie die Sektion aufgetrennt wurde, wo er sich auch in Chats bitterlich darüber beklagt hat, also dass das ein Foul wäre an ihm durch Sadic. Und dann mit der Suspendierung endgültig. Also das ist sicher auch persönlich sehr schwierig, wenn man jeden Tag in so einem Tempo mit so einem hohen Druck und so intensiv arbeitet. Und dann plötzlich verliert man den Arbeitsplatz, also kann ihn nicht mehr betreten und muss eigentlich lange warten und weiß, das wird auch sehr lange dauern, bis da entschieden wird. Pilnacek hat dann sehr viel Zeit darauf verwendet, eben gegen seine Suspendierung zu kämpfen und gegen die sich in den Ermittlungen zu verteidigen, gegen ihn. In dieser wohl auch schwierigen Phase nach seiner Suspendierung sollen auch mehrere Gespräche stattgefunden haben in Restaurants in der Wiener Innenstadt. Und bei einem so einem Gespräch ist ein geheimer Mitschnitt angefertigt worden, der im vergangenen Jahr für viel Aufsehen gesorgt hat. Oliver Dasgupta, du hast dich seitdem genauer mit den Hintergründen dieses Mitschnitts beschäftigt. Erinnere uns nochmal, wie dieser Mitschnitt entstanden ist und was darin vor allem vorgekommen ist an brisanten Informationen. Ja, der Mitschnitt wurde aufgenommen mit dem Handy eines Bekannten von Pilnacek im Sommer 2023 abends in einem Wiener Innenstadtlokal. Pilnacek wusste nicht, dass das Band läuft. Relevant ist der Mitschnitt vor allem deswegen, weil darin Pilnacek davon erzählt, dass er aus der ÖVP angeblich bedrängt wurde, Verfahren abzudrehen. Pilnacek behauptet auf dem Band, er habe dem Drängen nicht nachgegeben. Das sei ja illegal gewesen. Später habe man ihm dann von ÖVP-Seiten sinngemäß gesagt, man könne nichts mehr für ihn tun. Er habe ja auch nie etwas für die ÖVP getan. Vor allem aber belastet Pilnacek eine sehr wichtige Person der österreichischen Innenpolitik, nämlich den zweiten Mann im Staate, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Wichtig ist, Sobotka weist alle diese Vorwürfe zurück. Politisch hat die Sache allerdings ein Nachspiel, weil Justizministerin Alma Sadic als Reaktion eine Kommission eingesetzt hat mit dem Antikorruptionsexperten Martin Kreuthner an der Spitze. Und diese Kreuthner-Kommission untersucht eben, ob was dran ist an diesen Vorwürfen. Was man dazu sagen muss, ist, dass zwischen der Aufnahme dieses Gesprächs und der Veröffentlichung mehrere Monate gelegen haben und dass zu dem Zeitpunkt, als diese Untersuchungskommission sich dann eingeschaltet hat, die wichtigste Person in diesem ganzen Fall keine Auskunft mehr dazu geben konnte, weil Christian Pilnacek zu diesem Zeitpunkt schon verstorben war. Auch diese Geschichte haben wir im vergangenen Jahr schon groß berichtet und wir alle haben sie gehört. Aber damit wir das alles einordnen können, was ist im Herbst 2023, als Christian Pilnacek verstorben ist, passiert? Ja, dieses traurige Ereignis, das hat, glaube ich, niemanden kalt gelassen, auch uns Medienmenschen nicht. Damals, Ende Oktober 2023, war bekannt, wie Pilnacek den Abend verbracht hat, dass er eine Tapas-Bar in der Innenstadt besucht hat. Dort hat auch beispielsweise ein Bekannter ihn gesehen und auch gegrüßt und dieser Bekannte sagte mir erst vor einigen Tagen, Pilnacek habe sehr lebensfroh gewirkt. Und dann, offensichtlich gegen 10 Uhr, soll er sich auf den Weg gemacht haben in die Wachau. Dort lebt seine letzte Lebensgefährtin. Auf dem Weg dorthin ist Christian Pilnacek offensichtlich auf die falsche Fahrbahn geraten. Das ist ja dann auch später bekannt geworden. Polizei stoppte Christian Pilnacek bei einer sogenannten Geisterfahrt und er hatte ordentlich Alkohol im Blut. Bekannt war damals auch, er wurde abgeholt und nach Rossatz chauffiert und dann klafft ein großes Informationsloch zwischen dem Ankommen in Rossatz und dem Auffinden der Leiche am nächsten Morgen. Und da stellen sich natürlich schon viele Fragen und wir sind deswegen auch drangegangen, um diese Fragen zu beantworten oder zumindest einige Antworten zu finden. Was war denn zunächst die Ausgangssituation beim Fund der Leiche? Also welchen Informationsstand hatten wir in den Tagen nach Pilnaceks Tod? Was war damals schon klar? Also in den frühen Morgenstunden haben ihn Einheimische, die dort gearbeitet haben, offensichtlich gesehen. Wahrscheinlich haben sie ihn nicht gleich identifizieren können. Dann haben Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr den Leichnam geborgen. Eine Ärztin kam hinzu, Polizei war da. Und danach gelangte relativ zügig die Nachricht in die Öffentlichkeit. Ich saß gerade im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz im Landesgericht für Strafsachen und an diesem Prozestag platzte eben die traurige Nachricht vormittags rein. Alle waren betroffen. Kurz sagte damals, er habe noch am Abend zuvor mit Pilnacek telefoniert. Wie es aus der Umgebung von Sebastian Kurz heißt, war das allerdings vor seiner Geisterfahrt, also bevor er von den Polizisten angehalten wurde. Von den Dingen, die anschließend passiert sind, hat demnach Sebastian Kurz erst am nächsten Morgen erfahren. Und damals, muss man auch sagen, wurde relativ schnell diesem Todesfall der Stempel Suizid aufgedrückt. Gegen 10 Uhr ist auf der Homepage der Kronenzeitung ein Text erschienen. Da war davon die Rede. Auch Sebastian Kurz hat dann in diese Kerbe gehauen, noch am selben Tag. Lange Zeit hing das sozusagen im Raum und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir, die Journalistinnen und Journalisten, aus diesem Grund so ein bisschen davor zurückgeschreckt haben, sich da weiter kundig zu machen. Was da eigentlich passiert ist, das Thema Suizid ist nach wie vor mit einem großen Tabu belegt. Auch zu Recht. Man darf auch nicht vergessen, man muss immer die Privatsphäre wahren. Aber sowohl die Umstände als auch die Person Pilnaceks sind einfach schon von großer Relevanz. Schließlich ist der Mann einer der wichtigsten Beamten der Republik gewesen, wenn nicht der versierteste, juristisch versierteste Justizbeamte der letzten Jahre. Und über die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse zu dessen Tod sprechen wir gleich noch. Wir sind gleich zurück. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise. Die Behörden haben alles richtig gemacht. Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen. So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Oliver, wie du schon gesagt hast, in den ersten Tagen und Wochen nach dem Tod von Christian Pilnercheck hat sich die öffentliche Diskussion vor allem um einen vermeintlichen Suizid des Justizbeamten gedreht. Du hast aber auch gesagt, dass es noch ganz viele offene Fragen gegeben hat. Was waren die so offenen Fragen und gibt es da mittlerweile schon Antworten darauf? Ich glaube, diese ganze Tragik hat auch dazu geführt, dass wir Journalistinnen und Journalisten am Anfang uns nicht wirklich tiefer damit befasst haben, was damals passiert ist in dieser Todesnacht. Standard und Spiegel haben das allerdings dann in den Wochen und Monaten danach immer wieder mal versucht. Wir sind dem nachgegangen, wir sind rausgefahren in die Wachau, in das Örtchen Rossatz und haben mit verschiedenen Menschen vor Ort, mit Einheimischen gesprochen. Was fünf Monate vorher in dieser Nacht passiert ist dort, und zwar in den Stunden zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang, das ist weitgehend unklar. Was hat Christian Pilnercheck in dieser Zeit gemacht? Und warum lag er, der groß gewachsene Mann, tot in einem dann doch recht seichten Seitenarm und das bei Niedrigwasser? Das sind so Fragen, die einem unweigerlich kommen, wenn man vor Ort steht. Auch das Verhalten der Polizei am Fundort der Leiche Pilnerchecks wirft Fragen auf. Einheimische erzählen zum Beispiel, dass es offensichtlich keine Spurensicherung gab. Und sie erzählen auch, dass angeblich Beamte zunächst keine Obduktion des Leichnams wollten. Demnach soll erst eine dazugekommene Ärztin darauf bestanden haben, dass Pilnercheck obduziert wird. Und angeblich soll von den Beamten auch den Anwesenden signalisiert worden sein, dass sie besser nicht über die Bergung der Leiche sprechen sollten. Und eine zweite Auffälligkeit gibt es, die man insbesondere aus Artikeln des ehemaligen Politikers Peter Pilz in den vergangenen Tagen mitbekommen hat. Fabian, damit hast du dich auch beschäftigt, ist, dass der erste Kontakt der Ermittlungsbehörden mit Pilnerchecks Angehörigen und insbesondere der Umgang mit elektronischen Geräten von Pilnercheck sehr auffällig gewesen sein soll. Was hat sich da abgespielt, Fabian? Ja, also so wie es erzählt wird, ist die Polizei recht rasch aufgetaucht bei der Lebensgefährtin von Pilnercheck und hat sie aufgefordert, quasi alle Geräte auszuhändigen, um sie quasi dann den nächsten Verwandten zu bringen. Pilnercheck war ja zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet, zwar getrennt lebend, aber eben immer noch in aufrechten Ehe, zumindest rechtlich. Das bedeutet, dass die direkten Angehörigen, auch seine Kinder, auch quasi das Recht haben auf die Geräte, die er womöglich bei sich trug, auf seine Hinterlassenschaft einfach. Inwiefern das jetzt in Ordnung war oder nicht, ist eine sehr schwierige Frage, ob die Polizei da, warum sie da so schnell gehandelt hat und offenbar auch mit einigem Druck auf die damalige Lebensgefährtin von Pilnercheck. Das ist natürlich schon auffällig. Andererseits ist es ein sehr prominenter Fall und man hat wahrscheinlich gewusst, dass sehr rasch sehr viel mediale Aufmerksamkeit da draufkommt und es womöglich auch sensible Daten sind, die sich da befinden. Die Staatsanwaltschaft hat jedenfalls gesagt, sie hat jetzt keine Hausdurchsuchung angeordnet und keine Sicherstellungen durchführen lassen. Das heißt, die Polizei hat das offenbar aus eigener Initiative gemacht. Und jetzt ist gerade auch noch die Meldung gekommen von ZAKZAK, also vom Peter-Pilz-Medium, dass es auch eine Art Hausdurchsuchung gegeben hätte in der Wohnung von Pilnercheck in Wien und dass seine Lebensgefährtin deshalb Anzeige eingereicht hat. All das ist ja sehr unstrukturiert. Was da an Informationen kommt, an Aussagen von den Betroffenen, aber auch von den handelnden Behörden, dass er das jetzt auch eine Reihe von parlamentarischen Anfragen ausgelöst hat, also von jeder Oppositionspartei, SPÖ, FPÖ und NEOS. Und es ist so offen, dass die Beantwortung dieser Anfragen da eine Struktur hineinbringt und man quasi schauen kann, wie war der Ablauf und ist das alles korrekt von sich gegangen. Aber das heißt, ob und wie durch die Ermittlungsbehörden mit diesen elektronischen Geräten umgegangen worden ist und wie sie auch in Zukunft noch damit umgehen werden, wird ein ganz, ganz großer Faktor sein in der Aufklärung aller dieser Unklarheiten oder sehe ich das falsch, in Zukunft auch? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten auch noch, wie sich vielleicht auch rekonstruieren lässt, was da an diesem letzten Abend los war, ob es da auch Anrufe gegeben hat, mit wem kommuniziert wurde. All das kann relevant sein, kann aber auch nicht relevant sein. Wir wissen es schlicht nicht, aber ich glaube, wir sind jetzt in so einem Stadium der Geschichte angelangt, dass so viele Spekulationen blühen, dass es, glaube ich, eine Erleichterung wäre, gerade in so einem Wahljahr, dass man da einfach Klarheit reinbringt. Also da ist auch noch viel im Fluss bei der Aufklärung dieser offenen Fragen. Aber Oliver, du hast gesagt, er recherchiert schon sehr lange in diesem Fall und zum Verständnis dieses große Interesse an elektronischen Geräten, möglicherweise auch an einem Handy von Christian Pienacek, ich nehme an, da geht es darum, die Kommunikation in der Zeit vor seinem Tod, also in dieser dunklen Phase, wo man nicht weiß, was passiert ist, wie du es beschrieben hast, dass man das nachvollziehen kann. Sehe ich das richtig? Du hast gesagt, es soll zum Beispiel auch ein Gespräch mit Sebastian Kurz gegeben haben. Kann man das zum Beispiel nachvollziehen, nachprüfen? Also zu Sebastian Kurz kann ich sagen, ich habe erst vor einigen Stunden nochmal nachgefragt, wann genau Pienacek und Kurz telefoniert haben. Da wurde mir ausführlich dargelegt, dass es am frühen Abend gewesen sein soll. Man habe sich ausgetauscht über den laufenden Prozess von Sebastian Kurz. Da war demnach auch noch nichts von dieser Fahrt in die Bachau und vom Stoppen auf der falschen Fahrbahn die Rede. Ich halte das für glaubwürdig. Aber mit wem hat Pilnacek kurz vor seinem Tod sonst noch kommuniziert? Das ist eine gute Frage. Aus meiner Sicht eine der wichtigsten Fragen, deren Beantwortung auch zur Klärung dieser ganzen anderen Umstände beitragen dürfte. Nachdem Pilnacek von der Polizei gestoppt worden war, soll er nämlich eifrig auf seinem Handy getippt haben. Seine Lebensgefährtin war nicht die Empfängerin, die hat er allerdings dreimal versucht anzurufen, nachdem er von der Polizei gestoppt worden war. Naheliegend ist, dass er versucht hat, Vertrauenspersonen zu kontaktieren. Und bislang wissen wir aber von keiner anderen Person, die offen sagt, ja, ich hatte Kontakt mit Christian Pilnacek am späten Abend oder in der Nacht. Also naheliegend ist, dass er versucht hat, weitere Vertrauenspersonen zu kontaktieren. Nicht nur durch Anrufe, sondern durch Chatnachrichten zum Beispiel. Wolfgang Sobotka zähle ich zu diesem Personenkreis aus zwei Gründen. Sobotkas Büro hat 2021 wörtlich erklärt, Pilnacek sei ein, Zitat, persönlicher Freund des Präsidenten und werde es auch bleiben. Und außerdem hat ja eine Sobotka-Mitarbeiterin Pilnacek von der Polizei abgeholt und nach Rossarzt gefahren. Aus diesem Grund haben wir schon im Dezember und erneut vor einigen Tagen bei Sobotka nachgefragt, ob er in der Todesnacht Kontakt zu Pilnacek hatte. Und bislang kamen beide Male keine Antwort auf diese relativ simple Frage. Oliver, wie erklärst du dir das? Was könnte so brisant sein eben an dieser ganzen Geschichte, dass rund um die Kommunikation so wenig Auskunftswilligkeit herrscht, dass rund um die Polizeiarbeit bei Christian Pilnaceks Tod so viele Unklarheiten bestehen? Warum das Ganze? Was steht einer transparenten Aufarbeitung eines so wichtigen, prominenten Falles im Weg? Ja, Tobi, das ist genau das Problem. Diese Intransparenz befeuert natürlich Gerüchte um Pilnacek, um seinen Tod und um die Stunden vor seinem Tod. Und diese Gerüchte wabern inzwischen in Rossarzt und Umgebung umher, aber auch inzwischen durch Wien. Man muss da natürlich ganz, ganz vorsichtig sein. In der Gesamtschau spricht aktuell aus meiner Sicht allerdings weniger für einen Suizid und schon gar nicht irgendetwas für einen Mord. Ich denke, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass Christian Pilnacek verunglückt ist, dass es ein Unfall war. Das Ufer ist relativ steil an der Stelle. Dort gibt es keine Beleuchtung. Nachts ist es wohl zappenduster. Und angesichts dieser Aspekte erscheint es mir dann doch relativ plausibel, dass Pilnacek gestolpert sein könnte im Dunklen. Und wenn er unglücklich gefallen ist, dann könnte er bewusstlos geworden sein. Und in so einem Fall kann man natürlich auch in seichtem Wasser ertrinken, wenn man 1,90 Meter groß ist. Das alles erklärt allerdings noch nicht das mutmaßliche Agieren der Behörden und auch etwa den Verbleib von Datenträgern. Auch, dass USB-Sticks den Pilnacek stets bei sich geführt haben soll. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, dass ganz offensichtlich Menschen aus dem politischen Kosmos nicht dabei helfen, das Ganze transparent zu machen, um zumindest die letzten Stunden des Christian Pilnacek besser auszuleuchten. Denn bislang wirkt es so, als ob der Mann sich selber das Leben genommen hat. Und ich nehme an, dass das eine große, große Belastung für seine Familie, für die Menschen, die ihm nahe standen, darstellt. Und es ist traurig genug, dass der Mensch nicht mehr lebt. Aber es ist dann schon wichtig, finde ich, wenn Christian Pilnacek sich nicht das Leben genommen hat, sondern verunglückt ist, dass das auch publik gemacht wird. Transparenz ist das Wort, das du angesprochen hast. Und natürlich auch Respekt vor den Angehörigen und vor dem Verstorbenen selbst. Oliver, du hast einen USB-Stick vorher angesprochen. Das wird jetzt auch zu diesem Thema elektronische Geräte, um die es sehr viel Aufsehen gegeben hat, dazugehören. Was soll auf diesem USB-Stick drauf gewesen sein? Also Christian Pilnacek scheint ja nicht nur ein brillanter Jurist gewesen zu sein. Christian Pilnacek galt einfach auch als die Schnittstelle zwischen Politik und Justiz. Und zwar unabhängig, wer sozusagen unter ihm gerade Justizministerin oder Justizminister war. Und in seiner Funktion und weil er einfach so ein guter Jurist war, hat er natürlich sehr, sehr viel über die Jahre mitbekommen. Auch an Dingen, die besonders heikel sind und die möglicherweise manche Menschen, manche wichtigen Menschen belasten. Aus diesem Grund ist es aus meiner Sicht schon sehr wichtig, dass Datenträger gefunden und vielleicht auch gesichtet werden. Mit Blick auf dieses Tonband, was heimlich aufgenommen wurde und auf dem Pilnacek Vorwürfe erhebt, dass aus der Politik heraus auf ihn, den Spitzenbeamten, Druck ausgeübt wurde, umgesetztlich zu handeln. Wenn es noch weitere Belege dazu gibt, dann ist das natürlich schon von hoher Relevanz. Und aus diesem Grund wäre es natürlich auch wichtig, diesen USB-Stick, den Pilnacek immer bei sich geführt haben soll, zu finden. Und auch seine mögliche weitere Hinterlassenschaft zu sichten. Egal, ob sie digital oder ausgedruckt vorliegt. Wie relevant Hinterlassenschaften von Christian Pilnacek sein könnten, das legen auch Dokumente nahe, die er offensichtlich in Rossatz abgelegt haben soll. Darunter soll sich auch eine anonyme Sachverhaltsdarstellung von hoher Brisanz befunden haben. Wir haben das heute auch in einem Text erwähnt. Und auf diesen drei Seiten ist nämlich von einem Spitzenpolitiker die Rede, der vor einigen Jahren angeblich stark betrunken und auch gewaltsam versucht haben soll, eine damalige Mitarbeiterin sexuell zu missbrauchen. Also das Zeug davon, dass Pilnacek möglicherweise von sehr vielen Dingen Bescheid wusste. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er irgendwas verheimlicht hat, aber ich finde, dass es schon ganz wichtig wäre, dem nachzugehen und dass das geprüft wird, ob etwas Relevantes vorliegt. Gibt es gesicherte Informationen, um welchen Politiker es da geht bei diesen Vorwürfen, die du erwähnt hast? Also das Papier ist uns bekannt. Wir können allerdings nicht prüfen, ob der Inhalt den Tatsachen entspricht oder ob es einfach nur eine Behauptung ist. Das heißt, es wäre unverantwortlich, da konkrete Namen zu nennen, bevor alles ausreichend geprüft ist. Und Oliver, wie geht es denn jetzt weiter in diesem Fall? Wird es diese Nachprüfungen, diese Ermittlungen geben, von denen du jetzt ausführlich beschrieben hast, wie wichtig und notwendig die wären? Also diese Untersuchungskommission des Antikorruptionsexperten Martin Kreuthner, die Alma Sadec eingesetzt hat, die sollte ja eigentlich nur die Umstände und die Wahrhaftigkeit dieser Pilnercheck-Behauptungen von dieser heimlichen Tonaufnahme prüfen. Aber Martin Kreuthner hat sich ja auch in Rossatz offensichtlich umgehört und hat eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht und zwar bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da geht es vor allem um das mutmaßlich fragwürdige Behördenverhalten nach Auffinden der Leiche. Aber inzwischen hat das Ganze ja eine juristische Ebene damit erreicht und man darf gespannt sein, ob sich diese Causa Pilnercheck nicht doch noch sehr viel größer ausweitet. Das heißt mit einer Untersuchungskommission im Justizministerium, einer parlamentarischen Anfrage oder mehreren sogar und jetzt auch Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat der Fall rund um den verstorbenen Justizbeamten Christian Pinacek wirklich die allerhöchsten Kreise auch jetzt wieder erreicht, so viele Monate später. Oliver, Fabian, auch ihr werdet weiter zum Fall recherchieren und wenn es Neuigkeiten gibt, dann wird man die auf der standard.at im Standard und hier im Podcast hören können. Vielen Dank für eure Recherchen und ihre Arbeit, Oliver, das Gupta und Fabian Schmid. Vielen Dank. Gerne. Hier geht es gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Infos. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast Plattform. So verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare, damit uns noch mehr Menschen finden können. Vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter. Standard Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Thema des Tages. Lohnt sich das? Inside Austria. Serienreif. Besser leben. Rätsel der Wissenschaft. Edition Zukunft. Und, und, und. Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören. Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten bescheiden lassen. Ich bin Scholt Wilhelm und ich bin Margit Ehrenhöfer. Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Regierungspartei ÖVP hat heute am Donnerstag zu einer Expertenrunde zum Thema österreichische Leitkultur ins Kanzleramt geladen, in Person von Integrationsministerin Susanne Raab. Dabei ging es um die Frage, was Österreichs Grundwerte eigentlich ausmacht und wie sie sich klar vermitteln lassen. Diskutiert wurde das von unterschiedlichen ExpertInnen, zum Beispiel von der Juristin Katharina Pabel, dem Migrationsforscher Rainer Münz und dem Sozialrechtler Wolfgang Marzal. Bei den meisten TeilnehmerInnen lässt sich eine Nähe zur ÖVP oder anderen konservativen Parteien erkennen. Über die erarbeiteten Inhalte ist bisher noch nicht viel bekannt, es soll sich um einen längerfristigen Prozess handeln, außer dass etwa die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern und der Umgang zwischen den Geschlechtern ein zentrales Thema gewesen sein sollen. Andere wichtige Themen waren etwa Genitalverstümmelung, antisemitische Äußerungen oder Zwangsverheiratung. Wie genau die erarbeiteten Themen dann umgesetzt werden sollen, das steht aber auf einem ganz anderen Blatt, auch von bei den Grünen etwa Symbolpolitik oder bei der FPÖ von einem Zitat billigen Schmäh. Zweitens, die Familie Benko Privatstiftung hat heute am Donnerstag in Innsbruck Insolvenz angemeldet. Die Stiftung kommt namensgemäß aus dem Umfeld des Immobilien Milliardärs René Benko. Es handelt sich jetzt um den nächsten Schritt, nachdem René Benko persönlich schon Privatinsolvenz angemeldet hat. Laut Kreditschutzverband hat die Familie Stiftung 854 Millionen Euro Schulden. Wie es damit nun weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Im früheren Immobilien Imperium von Benko, der Signer, wissen wir seit kurzem, dass bei den wichtigsten Firmen eine Sanierung angestrebt wird, bei der möglichst viele Immobilien verkauft und dadurch möglichst viele Schulden getilgt werden sollen. Und drittens, in Europa wird gerade nach und nach ein russisches Propagandanetzwerk aufgedeckt. In erster Linie betrifft das eine tschechische Nachrichten Website namens Voice of Europe, die sieht aus wie eine ganz normale News Website, soll aber pro-russische Propaganda verbreiten. Im Hintergrund steht etwa ein ukrainischer Milliardär, der aber sehr nah an Wladimir Putin steht. Und über die Plattform sollen auch Gelder an das Europaparlament, an Parlamentarier dort überwiesen worden sein, um die Gesetzgebung in Europa nach russischem Willen zu beeinflussen. Aber auch in Polen wird ermittelt gegen ein vermeintliches russisches Spionagenetzwerk. Dabei wird sogar ein einflussreicher polnischer General untersucht, der im sogenannten EuroCore aktiv ist. Das ist eine neue Einsatzgruppe der EU, die in Osteuropa sehr schnell aktiv werden kann, wenn es notwendig ist. Der General streitet die Vorwürfe ab, aber die Untersuchung ist im vollen Gange. Die russische Aktivität in Europa dürfte auch bedingt sein durch die Europaparlamentswahlen, die im kommenden Juni auf uns zukommen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf derstandard.at online lesen. Wenn Sie Feedback oder Rückmeldungen für das Standard Podcast Team haben, dann schicken Sie eine Mail an podcast at derstandard.at Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht es, indem Sie ein Standard Abo abschließen. Alle Infos auf abo derstandard.at Mein Name ist Tobias Holup und an dieser Folge hat außerdem Margit Ehrenhöfer mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hallo, mein Name ist Max Knorr und ich leite ein Softwareentwicklungsteam beim Standard. Eine unserer großen Herausforderungen ist es aktuell, die ModeratorInnen vom Standard Forum durch KI und Machine Learning Modelle bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Was mich dabei besonders motiviert, ist zu sehen, wie unsere Arbeit dazu beiträgt, die größte österreichische Online-Community zu einem sicheren und interessanteren Ort zu machen. Möchtest du mehr über unsere Arbeit erfahren? Dann schau auf unserem Developer-Blog unter dev.derstandard.at vorbei. oder bewirb dich bei uns unter derstandard.at slash wir suchen.